Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Cybersicherheitsstudie. Hacker nehmen Verlage verstärkt ins Visier. Hacker auf dem Vormarsch. Verlagswesen zunehmend im Fokus. Das Verlagswesen ist mehr denn je ein Ziel für Cyberangriffe, wie eine aktuelle Studie auf dem Gebiet der Cybersicherheit aufdeckt. Das alarmierende Resultat unterstreicht eine schwellende Besorgnis bezüglich der wachsenden Bedrohung durch digitale Verbrechen innerhalb der Branche. Digitale Verbrechen nehmen in zahlreichen Wirtschaftsbereichen zu. Doch insbesondere Verlage erleben eine Welle von Cyberangriffen. In einer Bemühung, die Auswirkungen dieser Aktivitäten zu verstehen, wurde eine ausführliche Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse eine nüchterne Analyse der gegenwärtigen Lage liefern. Die Studie setzt sich genauer mit den Arten der Angriffe auseinander und liefert zudem Einschätzungen der IT-Experten dazu, welche Verlage besonders gefährdet sind. Verfasser der Studie sind einige der führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Alarmierend ist dabei die Tatsache, dass der Großteil der Verlage bereits Erfahrungen mit den verschiedensten Formen von Cyberangriffen gemeldet hat. Diese reichen von DDoS-Attacken über Ransomware bis hin zu gezielten Phishing-Versuchen. Solche Angriffe führen nicht nur zu erheblichen finanziellen Einbußen, sondern können auch das Vertrauen der Leserschaft und Partner nachhaltig beschädigen. Besonders auffällig ist, dass Hacker zunehmend erweiterte Techniken einsetzen und auf komplexere Angriffsmuster zurückgreifen, um die oft komplizierten und hochsicheren Systeme der Verlage zu infiltrieren. Indem Hacker fortschrittliche Technologien und Taktiken nutzen, wie künstliche Intelligenz und Automatisierung, steigen die Herausforderungen für die Cybersicherheitsteams. Sicherheitsexperten raten den Verlagen, die Wachsamkeit zu erhöhen und in fortgeschrittene, spezifische Sicherheitssysteme zu investieren, um sich gegen solche Angriffe zu wappnen. Unter anderem wird auch auf die Wichtigkeit von regelmäßiger Mitarbeiterschulung hingewiesen, um die Angriffsfläche zu minimieren. Die Untersuchung verdeutlicht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Cybersicherheit deutlich zu erhöhen und effektive Maßnahmen zu deren Bekämpfung einzuführen und weiterzuentwickeln. Nur so können verlegerische Institutionen in Zukunft gegen solche Bedrohungen gewappnet sein. Von den Mitarbeitern bis zur Führungsebene, Cybersecurity sollte für jeden ein zentrales Anliegen sein. Vielleicht gelingt es mit einer doppelten Strategie aus technischem Fortschritt und menschlichem Verständnis, den zunehmenden Cyberbedrohungen Paroli zu bieten. Diese aufschlussreiche Studie sollte als Weckruf für alle dienen, die im Verlagswesen tätig sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Verlage robuste Abwehrmaßnahmen implementieren und ihre Systeme kontinuierlich aktualisieren, um ihre Daten und die ihrer Leser und Partner sicher zu halten. Quelle, Name des Ursprungsautor, Titel der ursprünglichen Arbeit, Name und Veröffentlichungsdatum der Publikation, in der die Arbeit erschienen ist. Veröffentlicht von Anita Farke, Mittwoch, 17. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.